hallo ja wir sind im 24 teil der zerstörung von professor gante für und da sind wir an der stelle in seinem video wo er darüber lacht oder schmunzelt dass es menschen gibt die also nicht an diese temperaturkurve hier glauben ja und dann zeigt er hier drauf und sagt hier das ist doch von der nasa also gut erst mal die sind nicht von der nasa sondern von der noah das ist die us wetterbehörde aber die nasa benutzt diese daten gut aber das ist nur eine kleinigkeit wollte ich nur mal anmerken das wird gleich wichtig in dem video ja das sind also nicht nasa daten zumindest nicht die temperaturkurve sondern nur daten aber das ist auch eine behörde das ist die staatliche wetterbehörde ja und leute die also diese daten anzweifeln diese rote kurve ja da schmunzelt er und sagt also sorry na ja und data ja eigentlich auch recht man kann ja nicht einfach hier die die temperaturdaten hier des staates anzweifeln na die sind ja vom staat und der staat lügt ja nicht na das ist ja jetzt genauso als wenn ich anzweifeln würde also unser gesundheitsminister lauterbach hat ja in der corona krise gesagt die impfung hat keine nebenwirkung also was kann man ja auch nicht anzweifeln ich glaube das hat er sogar schon gesagt bei der krise davor da haben wir die schweine grippe hat er auch gesagt ja keine sorge alles in ordnung ja gut hat er sich jetzt zweimal geirrt der staat aber das sind einzelfälle im allgemeinen kann man sagen der staat also das ist jemand dem man vertrauen kann ja und der professor gante für ist ja eigentlich auch ein ganz vernünftiger mensch der ist ja ein mann der mitte ja also manchmal kritisiert er diese greta anhänger das wären hysteriker oder paniker ja aber er kritisiert auch die andere seite diese verschwörungstheoretiker so leute wie mich also er ist ein mann der mitte bei klimafragen ist ein mann der mitte ja meine frau die musste natürlich sofort wieder lästern die sagte in der mitte versammeln sich die mittelmäßigen aber meine frau ist auch furchtbar ich glaube ich suche mir bald eine andere frau ja also ich finde den eigentlich ganz vernünftig wenn ich mal so richtig drüber nachdenke ja und deshalb habe ich mich auch entschlossen die seiten zu wechseln ich bin jetzt auch in der mitte ja und deshalb nehme ich mir ein beispiel an professor gante für und glaube jetzt einfach an diese daten hier von der us wetterbehörde ja also an die temperaturen die eisbedeckung den meerespiegel ja also da habe ich muss ich sagen habe ich meine meinung geändert ja und wir können ja mal in diesem video und versuch machen wir alle glauben jetzt wie professor gante für an die daten der regierung ja also an die daten dieser behörde besser gesagt das ist die noah da machen wir mal ein experiment also wir vereinbaren jetzt in diesem video glauben wir an die daten der us wetterbehörde ja weil sonst ist man ja auch in verschwörungstheoretiker gut dann fangen wir mal an wir glauben jetzt einfach an den an die meerespiegel daten dieser behörde ja und da habe ich mir den hafen rausgesucht der die längste zeit gemessen hat und zwar ist das brest in frankreich ja ist eine hafenstadt ich meine ist ja klar in in den alpen kann man den meerespiegel nicht messen ja also ist eine hafenstadt in frankreich und da gucken wir uns mal die regierungsdaten an und immer daran denken ihr müsst an diese daten glauben ja das ist also der meerespiegel in brest das ist in frankreich und hier sieht man auch das zeichen noah das ist also die gleiche behörde von der auch der professor gante für seine daten hat und der kann man vertrauen ja sondern gucken wir mal und da sieht man auch den klimawandel denn den sieht man am meerespiegel ja die temperatur hat sich erhöht und man sieht auch dass hier guck mal hier da ist der meerespiegel angestiegen ja das ist der klimawandel ja gut man hat jetzt noch daten die reichen weiter zurück bis 1807 fängt das glaube ich an ja und da sieht man warte mal da sieht man dass der meerespiegel vor 200 jahren genauso hoch war wie heute nee also das kann ja irgendwie nicht stimmen weil wir haben doch dieses wie nennt man das ding noch mal klimawandel genau globale erwärmung ja und dadurch gibt es eben meerespiegel anstieg aber dann müssten die ja damals auch schon so eine globale erwärmung gehabt haben die genauso stark war ne also da kann irgendwas nicht stimmen an der grafik aber moment mal wir dürfen die doch gar nicht in zweifel ziehen der professor gante für hat doch gesagt das sind daten der regierung und wir haben den ja versprochen dass wir ab jetzt brav sind und immer den regierungsdaten trauen ja ja jetzt ist aber doof die regierungsdaten sagen kein klimawandel denn der meerespiegel war früher genauso hoch oder vielleicht sogar höher wenn ich dazu anguckt wie heute ja also das ist schon eine komische sache oder ja da fällt mir ein was macht denn eigentlich der meerespiegel auf den malediven diese große urlaubsinsel da ich glaube im indischen ozean da hat man doch vor 30 jahren gesagt also das ging jahrelang durch die gesamte presse ja da hat man doch gesagt die malediven sind die ersten inseln die untergehen ja und da war ein riesiger aufstand und die der präsident hat demonstriert hat die weltgemeinschaft aufgerufen na ich glaube auch bei diesen gipfel des internationalen weltklimarates aber dies eigentlich daraus geworden ich habe mal nachgeguckt die bauen jetzt einen neuen flughafen also das finde ich optimistisch also eigentlich sollten die ja schon spätestens bis 2020 unter wasser sein aber jetzt bauen die neuen flughafen also irgendwie ist der meerespiegel da gar nicht angestiegen ja sonst würde ich ja nicht neuen flughafen bauen oder ja ja aber ist da was mich noch gewundert hat der präsident hat gesagt er will ein zeichen setzen wir werden das erste land sein was co2 neutral ist eben wegen diesem klimawandel ja so aber wie kann man wenn man co2 neutral sein möchte neuen flughafen bauen ist der flugverkehr eigentlich co2 neutral ja der ist co2 neutral da muss man wissen wie man das berechnet und zwar sobald das flugzeug abgehoben hat und in der luft ist dann ist es ja nicht mehr über den staatsgebiet der malediven ja und deshalb wird dieser co2 ausstoß nicht den malediven angerechnet ja das heißt du fliegst jetzt los von frankfurt bis auf die malediven ja und verbrauchst ganz viel co2 weil die sind ja ein urlaubsparadies ja und dann verbrauchst du ganz viel co2 aber das wird nicht den malediven angerechnet sondern erst wenn das flugzeug über die insel fliegt also die letzten zwei kilometer ja das sind dann die co2 emissionen von den malediven ja ja man kann also den flugverkehr fördern durch den neuen flughafen und gleichzeitig ein umweltschützer sein ja ich habe mir dann überlegt wie ich beweisen kann ob diese daten stimmen denn das müssen wir ja die sind ja von der regierung und wir wollen ja nicht gegen die regierung sein ja da habe ich mir überlegt man müsste jetzt herausbekommen wie hoch war denn die temperatur hier zu dieser zeit und dazwischen und so ja und da habe ich auch daten gefunden rohdaten also unbehandelte daten wo noch kein mathematiker seine hand dran angelegt hat und die habe ich ja ausgeplottet das habe ich auch im anderen video schon vorgestellt das sind die temperaturdaten aus berlin ja also die überlegung ist wenn der meeresspiegel so hoch ist ungefähr wie damals da muss es ja damals ganz warm gewesen sein ja und das gucken wir uns jetzt mal an ja das sind temperaturdaten aus berlin ich glaube es war potsdam und die gehen zurück bis 1700 ja und da seht ihr damals war es genauso warm da gab es zeiten da war es genauso warm wie heute ja jetzt muss man dabei sagen die daten gehen nur bis 1992 seitdem sind da glaube ich noch mal 0,9 grad zugekommen also das geht noch mal bis hierhin ungefähr ja bis hier ja wenn man jetzt hier weiter geht bis hier ist ungefähr 2004 20 hier sind war und da sind wir aber immer noch hier unter dieser linie so knapp da drunter ja und da gucken wir mal das haben wir hier auch ja nur in ein jahr also bisschen wärmer scheint doch geworden zu sein ja aber so ungefähr sage ich mal die gleiche temperatur wie damals also unsere temperaturen sind früher auch schon mal aufgetreten ja und deshalb ist es auch nicht verwunderlich dass der meeresspiegel hier genauso hoch war wie heute gut man kann dann noch andere punkte untersuchen ja und gucken ob die übereinstimmen und da gibt es eine zeit die nennt sich der letzte ausläufer der kleinen eiszeit ja die haben wir hier da so kurz vor 1900 oder sieht man auch da gibt es keine punkte mehr nach oben das hier war der letzte ausläufer der kleinen eiszeit da war es also kalt da müsste ja der meeresspiegel unten sein so 1890 rum da gucken wir mal 1890 ja guck mal hier alle werte unter der null linie ja fast alle war eine kalte zeit der letzte ausläufer der kleinen eiszeit ja also passt ziemlich gut oder ich hatte euch ja mal erzählt hier so die die 70er jahre da war es mal wieder hier so kalt da sieht man auch hier viele punkte unten keine oben 70er jahre da war es kalt da gucken wir mal wie war denn da der meeresspiegel 70er jahre ja da sieht man auch hier so eine der land hier an dem stück nach hier geht es noch mal runter und dann wieder hoch nicht lange ja aber man sieht diese ganzen man sieht dass das gut übereinander passt die temperatur hier ja und hier der meeresspiegel und deshalb würde ich mal sagen wenn die beiden zusammenpassen dann werden die wahrscheinlich auch übereinstimmen also dann werden die richtig sein wollte ich sagen ja jetzt muss man aber ein bisschen aufpassen weil es gibt mal so fünf jahre da stimmt diese korrelation nicht ja ich weiß jetzt nicht mehr wo ich das gefunden habe aber da muss man immer daran denken es gibt ja immer vulkanausbrüche ja vulkanausbrüche und die werfen alles so ein bisschen durcheinander ja und weil alles immer so ein bisschen zeitversetzt ist kann man das nicht immer so hundertprozentig übertragen ja also nehmen wir mal ein beispiel ein sehr großer vulkan bricht aus ja dann bedeckt die staubwolke die ganze erde und im gleichen augenblick wo die staubwolke ankommt sinkt die lufttemperatur ja aber die meere haben eigene ganz große wärmekapazität die behalten erstmal erstmal ihre temperatur ja und wenn die temperatur gleich bleibt in den meeren ja dann sinkt auch nicht der meerespiegel ja und deshalb hat man da manchmal so unterschiede da fragt man sich warum stimmt es jetzt hier für zwei drei jahre warum stimmt diese korrelation nicht mehr ja und das ist der grund eben eine unterschiedliche wärmekapazität gut also diese grafik hier die beweist man braucht sich keine sorgen machen kein klimawandel die treibhausgase die wirken also anscheinend kaum oder gar nicht ja alles in ordnung aber es gibt noch eine andere grafik von der gleichen behörde und dass diese andere grafik die behandelt die gleiche messstation ja und deshalb müsst ihr euch das mal merken wir haben messstation 190 091 ja diese zahl merken 190 091 und da blättern wir um gleiche station 190 091 in brest gleiche behörde aber jetzt haben wir ein meerespiegelanstieg nur ganz wenig ein millimeter pro jahr ja aber den haben wir jetzt so was ist da los ja bevor ich euch erkläre was da los ist erkläre ich euch erstmal dass diese grafik hier genau das gleiche sagt die zeigt also ebenfalls dass co2 gar keine wirkung hat denn wir haben ja so ungefähr 200 jahre und bis 1900 ist die ist der meerespiegel genauso angestiegen mit der gleichen geschwindigkeit wie nach 1900 ja aber hier vorne haben wir doch gar kein co2 freigesetzt die ersten 100 jahre hier das haben wir erst in den zweiten 100 jahren ab 1900 gemacht ja und da seht ihr auf den meerespiegelanstieg und somit auch auf die temperatur hat co2 gar keinen einfluss na denn wenn co2 ein einfluss hätte dann hätte hier ab 1900 folgendes passieren müssen die kurve die hätte jetzt hier so hoch gehen müssen ja und dann wären wir jetzt hier oben irgendwo ja aber die kurve ist stur weiter gelaufen ja das heißt co2 hat überhaupt gar keinen einfluss ja jetzt wollt ihr sicherlich noch wissen woher kommt denn dieser lineare anstieg hier ja und dazu gehen wir zur wikipedia und gucken uns den meerespiegel im holozän an also in den letzten 11.000 jahren ja wir sind bei wikipedia und der artikelname ist hier frühes holozän also die jetzige wärmeperiode in den letzten 10.000 jahren die nennt sich holozän ja und sie level reiß heißt eben meerespiegelanstieg ja das ist hier in diesem bild zusammengefasst und da klicken wir mal drauf so und jetzt erstmal hier die copyright information damit dort auch hier alles seine richtigkeit hat ja hier copyright ok machen wir das wieder weg wie geht das denn jetzt hier naja gut egal machen wir gleich nochmal so jetzt seht ihr hier eben diese grafik das ist das ist nicht das jahr null sondern das ist heute und das ist 2000 jahre zuvor 4000 6000 8000 10.000 ja wenn man dann zurückgeht dann kommt man hier hin 22.000 jahre vor heute da hatten wir die eiszeit beziehungsweise die kälteste stelle der eiszeit last glacial maximum der höhepunkt der letzten eiszeit also die kälteste zeit das ist jetzt hier der meerespiegel aber die temperatur verläuft ja genauso ja so und dann ungefähr 20.000 jahre vor heute hat die temperatur zugenommen und man sieht auch der meerespiegel hier ja dann ist hier es ist weiter hoch gegangen ja hier gab es dann so ein so ein geologische besonderheit durch diesen schmelz prozess deshalb ist das hier so wackelig ja könnt ihr ja mal nachschlagen dann geht es hier steil hoch so und dann hat sich das abgeflacht ja jetzt ist der meerespiegel schon 140 meter nicht zentimeter das ist meter ist hier oben angestiegen ja also früher hier da war es so da war die nordsee noch land da konnte praktisch von hier nach schweden rüber laufen also theoretisch denn praktisch waren da ja eisberge ja oder in der nordsee später dann hier da gibt es ja eine untiefe die heißt docker bank das war früher ein land docker land und diese dieses ganze land in der nordsee ist untergegangen ja letztens hat man dann noch eine alte kirche in der nordsee gefunden ja ganz interessant und irgendwann ist das aber dann fast zum stillstand gekommen und so ungefähr seit 4000 jahren oder seit 6000 jahren sagen wir mal seit 4000 jahren hier ungefähr ja da steigt der meerespiegel noch an aber linear ja also nicht mehr hier ist es so fast wie exponentiell dann wird es gerade und dann wird es wieder weniger ja und so die letzten paar tausend jahre hier dieses stück da steigt der meerespiegel linear an ja aber das ist einfach nur eine rückwirkung hier von der letzten eiszeit von diesen anstieg hier ja die kurve beschleunigt sich erst und nimmt dann ab und das letzte stück das ist jetzt hier linear ja das ist dieser lineare anstieg hat nichts mit co2 zu tun hat auch nichts mit treibhausgasen zu tun die gab es ja vor 4000 jahren noch nicht ja sondern einfach ein linearer anstieg ja so jetzt sind wir wieder beim meerespiegel in brest der ja jetzt hier so linear ansteigt ja aber wir haben ja schon gelernt dieser anstieg der hat weder etwas mit der sonne zu tun noch mit den treibhausgasen da gibt es ja diese zwei fraktionen die einen sagen die sonne ist schuld die anderen sagen die treibhausgase ja aber dieser lineare anstieg haben wir gesehen hat weder mit dem einen noch mit dem anderen was zu tun sondern das sind planeten bewegungen die sogenannten milankovic zyklen ja so jetzt könnte man ja auf die idee kommen diesen linearen trend wo immer der herkommt ja also ich tippe auf milankovic zyklen ja diesen trend hier zu entfernen ja das haben die auch gemacht deshalb gibt es da zwei grafiken ja steht hier auch linearer trend removed removed heißt entfernt ja und dann habe ich die richtigen klimadaten da spielt dann nur noch die sonne und die treibhausgase eine rolle und wie man sieht ändern die treibhausgase gar nichts und wer bleibt dann noch übrig richtig die sonne ja und deshalb bestimmt die sonne den meerespiegel ja und nicht das co2 gut wenn man sich jetzt die verschiedenen meerespiegel anguckt na ich weiß ja immer ihr überprüft alles und das ist auch super ihr sollt alles überprüfen ja dann werdet ihr feststellen es gibt auch messstation da ist der meerespiegel um einen halben meter gesunken ja um halben meter gesunken hat zum beispiel in stockholm bei greta die greta hat ja immer angst vor den steigenden meerespiegel aber der meerespiegel ist bei greta in stockholm einen halben meter gesunken ja aber das ist wieder eine ganz andere geschichte das ist die sogenannte postglaziale landerhebung ja die gibt es in skandinavien und die gibt es auch in kanada beziehungsweise in den ganzen usa aber mit unterschiedlichen auswirkungen habe ich aber im anderen video schon erklärt ja also das könnt ihr euch ja auch noch angucken ja wir sind jetzt am ende und ich sage euch schon mal was wir im nächsten video machen da betrachten wir den klima kochtopf klima kochtopf ganz lustige sache und da sollt ihr ein experiment machen als hausaufgabe ihr nehmt ein elektro herd nur ein gas herd geht nicht nur ein elektro herd ja und dann nehmt ihr ein kochtopf aber ein normal nicht solche mit ganz dünnen boden sondern normal ja sondern bringt ihr wasser zum kochen deckel drauf höchste stufe der herd und dann bringt er das zum kochen so und kurz bevor der bevor der kochtopf überläuft also das wasser ja kurz davor das merkt man ja erst fängt der deckel an zu wackeln und dann ja kurz davor macht ihr folgendes ihr schaltet den herd ab ja und da werdet ihr folgendes feststellen wenn ihr das richtig macht der kochtopf der kocht trotzdem über obwohl ihr den herd abgestellt hat nur kurz bevor er über kocht ne herd abstellen der tor der kochtopf der läuft trotzdem über kocht trotzdem über ja und dieses experiment sollt ihr mal machen damit ihr das gesehen habt das ist nämlich wichtig ja da geht es nämlich in energiespeicher das ist also ein experiment um energiespeicher in dynamischen systemen zu verstehen ja und wenn ihr das gemacht habt dann erkläre ich euch auch was das hier mit dieser fehlenden korrelation zu tun hat ja warum die gar nicht so schlimm ist ja und im übernächsten video da werde ich euch dann auch erklären warum die temperaturen in amerika sinken aber bei uns gestiegen sind in den letzten 100 jahren und zwar hat das mit einer verlängerten eiszeit zu tun und da erkläre ich euch auch meine theorie warum die verlängert ist das hat nämlich das hat nämlich auch wieder mit energiespeichern zu tun denn unser klima wird durch die meere bestimmt hier in europa aber das klima in amerika das ist ein kontinentales klima ja gut aber das erkläre ich dann alles ihr macht erst mal den versuch wir sind am ende auf wiedersehen wir sind ein paar malen 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 wir sind ein paar malen